Persepolis FC Teheran ist ein iranischer Fußballverein aus der Hauptstadt Teheran. Persepolis FC Teheran ist die bekannteste und erfolgreichste Sparte des Persepolis Athletic & Cultural Club, der in insgesamt neun Abteilungen ein breites sportliches Spektrum vom Jugend- bis zum Spitzensport abdeckt. Weitere Sparten sind Basketball, Bowling, Futsal, Handball, Karate, Schwimmen, Taekwondo und Volleyball. Mit neun Meistertiteln ist Persepolis derzeit der Rekordmeister Irans. Zu den wichtigsten Spielen des Vereins gehören die Derbys mit dem Ortsrivalen Esteklial Teheran, die oft entscheidend für die Meisterschaft sind. Persepolis gilt gemäß Erhebungen der Asian Football Confederation als Verein mit den meisten Anhängern in Asien. Nach einem SMS-Voting der Sendung 90, die populärste Sportsendung Irans, unterstützten 61% der iranischen Fußballfans die Roten aus der Hauptstadt. Seit dem 19. September 2006 ist der Fußballclub Sorgbushan del Varavzar das Reserve-Team Persepolis Teherans. Sorgbushan spielt in der Asadi-League. Der Verein trägt seine Heimspiele im Asadi-Stadion aus, das offiziell 95.225 Zuschauern Platz bietet. Erzrival ist der Esteklial FC, gegen den das Teheran-Derby ausgetragen wird. Geschichte 1963 wurde der Persepolis-Sportclub durch Ali Abdo gegründet. Im Vordergrund standen Basketball, Volleyball und Bowling, die Fußballmannschaft spielte nur in der zweiten Liga. Als 1967 der Scheichen FC Konkurs ging, wechselten die meisten Spieler zu Persepolis. Dermaßen verstärkt etablierte sich der Verein schnell unter den Spitzenmannschaften Irans und 1973-1974 gelang der erste Titelgewinn. Nach der Islamischen Revolution verließen etliche Spieler den Verein, dessen Besitzer in den folgenden Jahren mehrmals wechselten. Nach etlichen Versuchen gelang es 1987 dem jarnischen Sportministerium, den Verein in Perusi umzubenennen, was weder unter den Anhängern noch im weiteren Umfeld angenommen wurde. Seit April 2012 heißt der Verein wieder offiziell Persepolis. Die Mannschaft erreichte stets gute Platzierungen unter den ersten fünf. In den 1990er Jahren konnten einige Meister- und Pokaltitel errungen werden. 1990 gelang mit dem Sieg im Asiatischen Pokal der Pokalsieger der bedeutendste internationale Erfolg. In den 2000er Jahren wurde der Klub in den Spielzeiten 2001, 2002 und 2007, 2008 erneut iranischer Meister. In den beiden letzten Pokalrunden 2009, 2010 und 2010, 2011 gewann der Klub jeweils den nationalen Hasfi Cup. Erfolge Nationale Erfolge Iranische Meisterschaft Meister 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 2001, 2002, 2007, 2008 Iranischer Pokal Pokalsieger Pokalfinalist 2005, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 1000, 2007,091, 2008,igon became Rob Self-Com Meister 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 2009, 2001,01, 2002, 2005, 2007,� Everywhere раб turns Pokalsieger, Pokalfinalist, 1980, 1981, Terran Supercup, Pokalsieger, 1992, Kontinentale Erfolge, AFC Champions League, dritter Platz, vierter Platz, 1997, 1998, Asiatischer Pokal, der Pokalsieger, Meister, Pokalfinalist, 1992, 1993, sonstige Erfolge, Agent Selection Cup, Turniersieger, 1968, Wadad International Cup, Turniersieger, 1981, Shaya Friendship Cup, Turniersieger, 1995, Stand, bekannte Spieler, Trainer.